So, heute ist jetzt der 11. Mai. Jetzt hat es doch noch eine Woche länger gedauert, aber heute ist es tatsächlich losgegangen. Man kann jetzt Bagger sehen im Hintergrund. Wir haben hier das Grundstück schon einmal umgedraben und so mit der Erde abgedraben. Und da sind schon riesige Erdwärter und hier ist einer. Und hier ist auch einer. Und zum einen steht eben der Bagger da und andere Gerätschaft. Und morgen wird dann auch die entsprechende Grube ausgegraben und ausgehoben. Man kann die Flocke hier sehen. Und das ist überraschend, wie viel Erde da anfällt, weil so wenig Arbeit. Das Wetter ist aber echt beschissen, deswegen haben wir jetzt hier nur kurz eine Zwischenbegehung gemacht, um zu sehen, ob überhaupt etwas passiert ist. Aber man wird nass. Morgen soll das Wetter auch besser werden, dann vielleicht ein paar mehr Bilder und Eindrücke. Und dann gibt es vielleicht auch schon erste Bilder von einem Loch oder auch nicht. Je nachdem, wie viel Gestein da tatsächlich dann drin ist. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.